Hallöchen Leute, ich bin Firmark und herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure, weiter aus der Sicht von Knuckles, das wird echt spannend, weil Sonic und Tails sind ja eigentlich die ganze Zeit gemeinsam herumgehangen, aber Knuckles, das ist was ganz eigenes, mal gucken. Yeah, let's go Knuckles, los geht's. Ja, das ist schon mal anders, super. Der Egg Carrier fliegt auf Angel Island zu oder auf das Ding, ja. Ach, Knuckles. Ja, das ist schon mal anders. Ja, das ist dein Master Emerald. Huh? Wer bist du? Hast du das gemacht? Oh, ich werde dir das. Hey, das ist nicht fair. Wait. What's happening to you? Back here. Oh, that was incredible. Ich habe nie etwas wie es gesehen. Oh nein, es beginnt zu passieren. Without the Master Emeralds Power, wird diese ganze Isle in den Ozean fallen. Ja. Es geht um mich zu finden, die verletzten Spiele des Master Emeralds zu finden. Es wird nicht einfach sein. Spiele fliegen überall aus. Ich glaube, ich werde besser schauen, woher ich kann. Am Bahnhof nimmt man es nicht so genau in der Zeit. Oder? Nö. Hallo Licht. Rathaus. Wo immer das noch ist. Äh, wir können fliegen. Muss ich auch klettern, oder? Okay, hier nicht. Ist hier irgendwo ein Rathaus? Hallo, kannst du mal auf die Seite gehen? Das sieht aus wie ein Rathaus. Ach hier, das da vorne? Oder nicht? Ah, ja. Knuckles kann es voll weg von Fetzen. Emeralds war immer noch nie. Ah, das ist Speed Highway Emeralds, okay. So, mit Knuckles will ich mir die Emeralds finden. Ja, da kann wir klettern. Will da rennen? Ja, okay. Okay, das war gut. So, genau dann. Wir haben die Emeralds da. Ja. Und da sind wir wie Navi an einem Chaos Emerald sind. Oder eine Scherbe von der Master Emerald, das ist exakt. So. Hat schon mal geblinkt. So, hier ist das letzte Teil. Dann schauen wir mal da oben nach. Da sieht es richtig heiß aus. Ha-ching. So. Einen Teil haben wir. Hier. Der erste Teil war da vorne irgendwo. Kannst du es sagen? Der erste Teil war da vorne irgendwo. Kannst du es sagen? Ja. Diese Weg werden dann. Oh ja. Da war auch ein extra. Oh nein. Egal. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Muss ja nichts sein. So. Na ja, dann machen wir das. Können wir ein bisschen irgendwo dahin, wo wir noch nicht waren. Dann boxen wir wieder nieder. Ich hab's zumindest versucht. So. So. Was überhüllt da? Okay. Kann man das erstern. Ich weiß nicht, was das bringt. Die Wärme Tafeln noch. Nachher. Das würde ich auch. Hab'n zu gern machen. Bäh. Wer immer? Äh. Ich meine, die können wahrscheinlich da drin sein. Die. Emerald Teile. Aber. So. Noch mehr Tipps auf Lager? Oder nicht? Gibt's Blase? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Aber. Da waren wir überall schon. Komm. Zeig mal, was neu ist. So. Da. Da. Da unten war ich noch nicht. Sind wir nur das Tier hinten? Hackels? Nein. Nicht klettern. Rennen ist erst vor allem. Aha. Dann schau ich mal da oben nach. Wer hier drin? Nö. Kriegst du ja gerade auch einen Schlag? Die anderen Seite? Nö. Oder? Mit Schilder weniger. Genau hier. Oder das? Da sind die hier zumindest. Dass er es denkt. Danke, dass du mir das sagst. Aber. Das ist nicht so wichtig. Will der niederboxen? Das klappt aber eigentlich nicht. Was macht der alle? Okay. Wie ich willst. Da liegt er einfach rum. Na gut. Schade. Ich dachte, wir stehen da jetzt rum, wo der Typ jetzt am Kopfhaut rumfährt. Damit er uns der ganze Zeit ins Bild fährt. Aber leider nicht. Ja. Ja. Ganz okay, wenn ich es sagen. So. Im Rathaus haben wir schon mal alle Teile gefunden. Ich mache die Pops schnell weg. Ich will den Tenner verschieben. Knuckles. Ich weiß, das kannst du, wenn du willst. Aber. Ach so, ja. Soll ich ihn vielleicht mal wecken. Aber wenn der Typ schon da ist. Soll ich ihn dann nicht nutzen. Los Knuckles. Ab ins Casino. Da finden wir auch ein paar mal Teile. Ah. Und. Boom. Da kommen alle irgendwie an den Knopf voran. So. Ah. Aha. Ich starte. Und das geht schon los. Da haben wir wohl hier irgendwo oben, oder? Wört. Ach, ich höre es. Ich höre nichts, weil es das so laut ist. Äh. Kamera. Da drin doch nicht, oder? Wer hat da nach oben? Knuckles. Hä? Scheiß Kamera. Da drin ist nix. Ah. Ah. Ein Casino, das weiß ich noch. Da stand ich öfters auf dem Schlauch. Kann ich da nicht drauflegen. Wie? Ich glaube, ich kann da irgendwie rauf. Kann man. Hier zum Beispiel. Ich bin besser. Jetzt bin ich aber auf der ganz anderen Seite. Äh. Ich bin besser. Kann ich da nicht drauflegen. Ich bin besser. Ich bin eher mit dem Schlauch. Wo? Ich bin besser. Ich bin besser. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin besser. so komischen abgegrenzten er ja das ganze geräusche ich glaube ich möchte vielleicht mal besser was nein das nicht irgendwie der schatz kann man sagen das hier wir schaffen Nimmst du nicht mehr da Ringe weg? So, wo weg ist denn das? Vielleicht mal einen Anhaltspunkt. Hier irgendwo. Für die Information. Okay. Dann muss ich aber wohl wieder raten. Okay. Information. Wo bist du? Ich bin schon Piraten. Okay. Hier. Mist. Da hinten war ich schon. So, und da ist das. Okay. So, und merken, wo das Ding ist. Von hier aus Sicht ist es auch nicht mehr. Hier Information. So. Jetzt aber. Jetzt habe ich es. Hallo? So schön. Sollte so sein. Ja, können ja auch ein Gegner drin sein. Okay. So. Jetzt weiß ich aber alles, was ich wissen muss. Wenn wir hier weg, der Geräusche machen, ich kann zu kehren. Kommen wir schon in die Erinnerungswelt. Okay. Wo bin ich? So. Wo bin ich? So. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht derracht. Aber etwas über das ist. Es ist bekannt. Das ist sehr wunderschön. Vater, bitte nicht! Die 7 Emeralds sind essentiell für unsere Überwachung. Es ist für das Gute aller unserer Menschen. Wie kann ich dich verstehen? Attacke andere Länder, stehlen und töten. Das kann nicht der richtige Weg zum Frieden sein. Niemand hat das Recht, seine Heilige Gründe zu nehmen. Ich bitte, Vater! Jetzt, woher bin ich? Ich sehe die Station Square. Was ist hier denn? Ich frage mich, was diese Leute machen? Ich frage mich, was diese Leute machen. Keine Ahnung, was Sonic macht, aber Tails schläft wahrscheinlich. Keine Ahnung, wo ich nicht hin muss. Hey, es ist Dr. Eggman! Was hat er da drin? Es muss ein Teil der Master Emerald sein. Halt auf! Komm zurück hier! Eggman, gib mir die Master Emerald zurück. N-Nuckles! Oh, das ist nicht das, was du vorst. Du bist richtig. Das ist okay, aber ich kann dich als guinepig testen. Chaos! Chaos! Chaos? Es ist diese Kreatur wieder. Die gleiche, die ich in meiner Eilung. Er war da, als die Master Emerald zerbricht. Ich bin sicher davon. Er hat mich die Probleme, zu suchen. Jetzt bekomme ich ihn gut. Ha, 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 ha! Weg zu gehen, Chaos! Ha! Veränderungsformen wird mich nicht schrauben. Mit der Klippensynchron. Gib ihm deinen besten Schuss! Okay. So. Aber erstmal will ich Ringe haben. Habe ich jetzt noch jemanden? Ja. Pass. Chaos Zwerge. Den haben wir noch nicht gekämpft. Okay, aber jetzt kann ich ihn mal nicht angreifen. Sonneball... Sonneballesk, ne? Mach den mit dem... schönen Lust da. Hallo. Insofern? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Okay, dann schüttelt. Kein Problem. Hä? Dann greifen wir zumindest mal an. So. Okay, also erst wenn er angegriffen hat, dann kommt er sich kontern. Alles klar. Na, ich bin zu weh rumgerannt, aber keine Ahnung, wo man es trotzdem erwischt hat. Ah, okay. Da wird immer dahin, wo ich gerade hinrenne. So ein fieser Lump. So. Das war's schon. Ah, okay. Oder auch nicht. Was ist das jetzt? Mehrere Kugeln. Alles klar. Kein Problem. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich habe alle Ringe genommen bis jetzt. Ach komm. Aber traf nicht. So. Haben wir wieder alle bekommen? Na los, greifen wir mal wieder an. Was soll das werden? Hallo. Seid mal wieder angreifen. Na. 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 Hallo. Mach ich nix. Was ist? Tareen? Was ist denn jetzt los? Okay. Jetzt kann ich ja alles. Komm. Jetzt komm mal wieder. Na. Na. Na endlich. Hm. Da auszuweichen muss man auch üben, glaube ich. Na. 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 Ich will einfach sterben. Ist das alles, was du hast? Na. 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 ran. Na. 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 Ja. Hier kam. Ich wundere, was er von diesem bedeutet hat. Ich hätte besser einen Sonic gefunden. Ich wundere, warum Sonic nach der Master Emerald ist. Ich hätte besser schnell arbeiten und auf den Boden zu kommen. Der auch nicht. So los. Wir sind das Forscher-Team, das nach den Ruinen sucht. Ich bin hier neu, sodass ich nichts Interessantes tun darf. Schade. Was du möchtest, läuft er dich. Hier kämpfen wir noch immer gegen Sonic. Wo ist Sonic? Not. Wir hörten von Ruinen alter Zivilisationen hier. Wir kamen nur, um sie zu erforschen. Okay. Mach das mal. Aber was ist mit Sonic? Das Ding ist schon zerbrochen. Okay. Das war Sonic noch nicht geöffnet. So. Das heißt, der muss noch irgendwo im Ding sein, oder? Dann könnte ich sagen, der ist mega schnell. Gut. Jetzt Sonic schon mal nicht. Warum sollte der da rüben sein, oder? Äh, nur noch was ich hier mache. Doch. Aber wenn ich schon mal da bin. Jetzt sehe ich mir den kaputten Master im Rolldown. Und da unten gibt es irgendwas von einem Problem, oder? Holen wir uns das schnell. Jetzt sehe ich. Wenn wir schon mal da sind. Ach, das ist da oben. Ah. Ich gehe dann nochmal rauf. Wenn wir schon mal hier sind und eh alles falsch machen. Ah, verdammt. Ach, komm. Warum? Warum ist das so komisch? Warum ist das in so einer komischen Höhe? Und warum? So. Okay. So. Haben wir das immerhin. Das weiß ich zum Glück noch. Was das hier ist. Vielleicht nicht irgendwann nochmal so coole Stahlhandschuhe. Irgendwie so ein Upgrade gibt es auch für Knuckles. Naja. Das habe ich halt immerhin schon mal gespielt. Aber nachher kann ich dann endlich Sonic Adventure 2 spielen. Das habe ich nämlich noch nie gespielt. Da freut man schon auf. Warum sollte ich nach Station Square schon wieder gehen? Wir sind sicher da oben irgendwo. Warum? Oder auch nicht? Hä? Wo sind denn die jetzt? Da haben die im Dschungel oder so. Ach, da ist es. Und Tipps. Nichts, muss. Nichts, muss. Was? Was für eine Höhle? Und was? Hä? Was? Wo? Wo hab ich was? Wahrscheinliches gesehen in den Caves. Daran kann ich ja nicht hin. Echt, was für Höhlen, man. Gott. Hast du was von irgendwelchen Höhlen? Ich fand dieses seltsame Ding in der Höhle. Was ist das? Sollte ich jemandem davon erzählen? Ich glaube nicht. Das schnapp ich mir nämlich gleich. Ja, hier. Ja, stimmt. Hier gibt's da auch eine Höhle. Okay, also sind wir das gesetzt hier drin? Ja, hier kommen wir nicht mehr raus. Vorher mal nicht, wer das Knuckle-Dinger holen. Du hast die Schöpfelklau. Jetzt kannst du durch Dirt und Stein schlafen. Presse das Jump- und Action-Button simultan. Geräusche. Ja, das Knuckle sieht so vorhin aus. Ich auch. Hallo Musik. Ganz ziemlich hohe. So. Sprung oder Aktionstaste gleichzeitig. Ja. Das funktioniert. Nach dem Knopfdruck passiert nichts. Da steht ein Monkey Distraction-Switch. Der Stirn drücken. Äh. Ja, ja. Schalter an. Ok. Nice. So, da ist er immer noch. Kann ich den nach dem anderen Ding auch werfen? Wahrscheinlich. Muss ich das sogar machen. Shadow Claw haben wir jetzt. Okay. Ist wirklich ein Spister hinter dran? Ich kann mir nichts anderes vorstellen, also wieso nicht? Solange ich das Ding mitnehmen kann, ist ja alles gut. Hui. Okay, das ist noch, weil es runterging. Darum ist schnackelscher schnell gerannt. Sonst ist der extrem lahm. So, perfekt. Red Mountain. Okay, so. Hier müssen wir jetzt auch geraden, diesmal. Okay, so. Na, da ging es nicht mehr, sondern nur hier. Da ist wieder coole Musik. So. Hier, okay. Etwa hier oben. Glauben wir nicht. Jetzt wird er kälter. Will das mal haben, hier. So. Du hast an. Du hast an. So. Aha. Aber. Nacht. So, ich lebe den da hinten zuerst. Hier irgendwo, okay, warte da unten, frauzeichen. Kamera. Super, noch einen. One more to go, hallo? Nimm das Markus, sind 20 Gründe. Findest du nicht einfach so? Okay, wie du das sagst. Letzten Emerald, die letzte Emerald Scherbe, aber ich war gerade noch nicht auf dem Schirm. Vielleicht da drüben, war ich da drüben schon? Wohl nicht. Hm, wie ich wirklich richtig bin. Ja, bin ich. So, ich hätte auch noch gerne Leben mit den Ringen. Das geht. In der Mitte hole ich natürlich auch noch. Weg mit dir, du Affe. So. So, das muss man auch noch. Ja. Ich habe noch einen Schritt. So. Perfekt. Hanne Lim. Hanne Lim. Und dann holen wir uns den Chaos Emerald. So. Dann haben wir den Master Emerald. Hallo. This way, okay. So. Wir graben. Passt. Wir graben. Okay. Wir graben. Es geht alles. zurück in den Mystic Ruins. Da raschelt das Gras neben uns. Passt, haben wir noch ein paar Scherben. Dachte halt, dass ich irgendwas mit Sonic machen muss jetzt. Aber jetzt wartet er wahrscheinlich draußen. Das war wahrscheinlich gerade in dem Ding, wo der Stern immer noch nicht ist. Da warten sie schon. Aber diesen epischen Kampf werden wir uns erst den nächsten Part reinziehen, weil wir sind jetzt bei einer halbe Stunde und viel länger will ich die Parts auch nicht machen. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weggeben, wenn das dringend ist. Also Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.